Die Leute werfen mir immer vor, ich habe Scheiße gebaut, ja, du hast Autos geknackt, aber guck mal, ich habe geguckt, welche Autos stehen im Halteverbot, ob ich komme mit meinem Schwager Marek und wir das Auto holen oder Abschleppdienst, das macht gar keinen Unterschied. Aber du kriegst das ja zurück beim Abschleppdienst, ne? Na, ich bin doch kein Unmensch, Kurva. Machst du mir ein gutes Angebot, kriegst du dein Auto wieder, ja? Und das Gute ist bei mir, ja, wenn hast du dein Auto zurückbekommen, der hat weniger Kilometer als vorher.